Hallo liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Leer Sofir Inheritance, dem DLC, wo man mit der Genie spielen muss und wir sind jetzt schon wieder in der nächsten, in der letzten Folge sind wir hier in dieser komischen Welt wieder gefangen, wo wir irgendwas malen müssen und ich hab keine Ahnung ob ich hier richtig bin hier ist nur ein bisschen Farmer Nein! Spike! Nein! Nein! Verdammte Scheiße Der Spike hat mich schon wieder verarscht Ok, dann tun wir ihn jetzt mal mit der roten Farbe malen Ah, ja, der Autum des Lebens wenn man sich aus den Elementen suchen Mal sehen, wie unsere kleine Hutte fährt, wenn die Gäste schmerzen. Was will der? Der will, der will, der will, der will, der will, so wie ich verstanden habe, den Himmel schwarz haben oder was? Der will ein schwarzes Himmel haben. Der ist schon wieder ein Stift, wenn ich den nehme, dann, dann weint er doch schon wieder, der Bänder. Ja, wir sollen wohl für den Bänder irgendwas malen oder so, was weiß ich Das ist gelb Aber der wollte ja, der wollte ja schwarz, der hat ja gesagt Dark Sky Dann machen wir Dark Sky, ne? So, 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 so Ist jetzt schwarz Ist jetzt schwarz Ja, ich guck mal, was hier noch so alles gibt, ne? Hier kann man nicht lang Äh Ich weiß nicht, ob ich, ob die Farbe schwarz ist, was ich da genommen hab Aber ich, ich will mich eh erst mal umgucken Hier ist der Napoleon Was, Spike? Nein! Verpiss dich! Das ist nicht gut Ist offen Und jetzt ist Napoleon hier oben Hey Man Kann ich jetzt wirklich nicht mehr zurück? Ist das ein Witz Ist das ein scheiß Witz Was ist das? Ja, kann ich schieben Fuck you Fuck you Und ich bin wieder besoffen Glaube ich Ja, Haufen Haufen Spielzeug Hier ist auch die Katze wieder Ohne Kopf Ne? Ah, da ist der Kopf Ja Ja, und da unten Ah, da ist ja die Katze Ach, ich nehme an Das da ist schwarz, ne? Ja, ich kann nicht drüber Ich kann da nicht drüber Verdammt Wieso kann ich denn da nicht drüber So eine Scheiße So eine Scheiße Ist das Und da hinten ist zu Hm Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Soll ich den da hochschieben? Oder was? Komm schon drinnen Das schaffst du Ich weiß nicht was passiert Ich sehe es nicht Weil ich versuche Dieses Haufen Haufen von Scheiße Da hoch zu schieben Komm schon Komm schon Komm schon Schieb Wir packen das Jenny Komm schon Wir packen das Wir packen das Nicht, nicht, nicht Abhauen Nicht, abhauen Jetzt kann ich doch sicherlich drüber, ne? So, jetzt La Und ich hab's Was jetzt? Bin ich runter gefallen Da ist ja Napoleon wieder Da ist noch einer Ähm Ja, ich glaube Ich hab jetzt das Schwarze So Dann mal sehen Was passiert Wenn ich das Jetzt Äh Wie komm schon Wieder zurück Ach Äh Hier muss ich durch Hier Die Hörner Die Hörner Die Hörner Die Wase Sieht ja ziemlich cool aus So Bender Jetzt pass auf Jetzt male ich dir hier ein bisschen was Was für'n Scheiß Was will er jetzt? Was will er? Oh nein Oh nein Ist nix passiert Ja, was Was zur Hölle will er jetzt? Mit dem Stift Da holt er schon wieder, ne? Mit dem Stift Holt er schon wieder Spike Spike Okay 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 Wo, 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 wo muss ich denn jetzt hin? das ist grün mit grün habe ich doch schon mal gemalt ne das passt ihm doch schon wieder nicht sicherlich den Bänder das habe ich in der Runde gedreht was ist wenn ich da reingehe hier liegt doch was muss ich damit malen oder muss ich muss ich damit malen ach komm ich guck mich hier noch mal ein bisschen um die haben ja Zeit in diesen komischen Gängen hier da liegt noch irgendwas aber da muss man man Spike verdammt verpiss dich wieso brennt das da wieso brennt das da hinten mit gelb habe ich mit ich glaube mit gelb habe ich noch nicht gemalt aber mit dem Scheiß habe ich auch nicht gemalt die brennt überall was ist hier ich habe auf jeden Fall gelb mal sehen was passiert wenn ich mit gelb male die brennt ja überall die Kacke ey was war das na komm und und kann ich das nehmen was ist das ach warte weiß ich mach mal wieder zu ach fuck you ey fuck off fuck off alter hat sich die Jenny reingepfiffen dass die dass die hier jetzt drin ist also wir haben jetzt eine Runde gedreht komm ich behalte mal das Zeug ja hier kann ich doch nicht raus oder kann ich kann ich was wo bin ich ist das hier richtig ich weiß es doch nicht hier passiert irgendwas und ich kann nicht schnell schnell rein kann ich hier rein die kann ich nicht vorbei doch doch hm naja ich bin nicht verbrannt ich bin nicht verbrannt so man was ist denn hier alter wie finde ich denn wieder zurück zu diesem Bild äh oh man hier scheißen dreck ist das oh hier ist doch ein weg hier ist doch ein weg aber da hinten lag doch auch irgendwas ne ach so das war das grüne äh wir malen mit dem scheiß was ich da genommen hab und fertig mal sehen was passiert was für ein scheiß in seinem eigenen Weg ich glaube dass er gut er wollte mich zu erzielen ich hoffe dass wenn die Zeit kam ich würde zufrieden wo er verfolgt zu erzielen seine Fehler Gott weiß er hat viele von ihnen gemacht ich hab grad ne Trophäe bekommen Leute was zur Hölle kann ich jetzt da rein ist das jetzt offen oder was und hier aha hier kann ich doch irgendwas machen äh soll mir das irgendwas sagen kann ich mir das nochmal angucken oder was ach warte mal warte mal ich seh da oben könnte doch so ein Gesicht sein ne nimm mal das und nimm mal das oder das könnte doch irgendwie so da oben da seh ich doch so ein Auge da seh ich doch ein Auge dann das cool das ist cool ähm hab ich denn noch so ein Auge irgendwie irgendwo was ist wenn ich das hier und und das hier vertausche nix wo krieg ich denn so ein Auge her wo krieg ich denn so ein Auge her was ist mit dem und dem hier ich glaub ich glaub ich hab nicht ich hab nur nicht alle oder so ich hab irgendwie nicht alle gesammelt was ist mit dem hier und ne hier dem sieht scheiße aus ja das ist ja mal interessant hier aber 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 dann hm also der hier und nein der hier so so könnte das passen dann müsste ich wahrscheinlich wahrscheinlich den hier mal sehen wenn ich den mit dem hier vertausche hm ne sieht net gut aus den hier mit dem hier ich hab irgendwie noch net alle hab ich so das Gefühl was ist mit dem hier und dem hier na sieht scheiße aus ich glaub ich hab noch net alle von den Dingern gefunden ne hier ist gar nix hier ist gar nix hier ist auch nix Leute mein Timer klingelt schon wieder ja ähm okay wir gucken mal was wir tun können in der nächsten Folge ich würd sagen macht's gut und tschüss bis später Leute